Hallo und herzlich willkommen zur Indie-Tüte. Das Smart, wo wir Indie-Spiele antesten für 15 Minuten und gucken, wie viele Tüten sie bekommen, ob sie überhaupt in die Tüte kommen oder auch nicht. Und heute schauen wir uns mal a minute an. Genau, wieder keine Ahnung, nur irgendwas mit 60 Sekunden und schwarz-weiß und Pixelhaufen. Ich drücke jetzt mal Start und warum hat er Fortsetzen? Wir haben noch nie angefangen. Wir haben nur in die Einstellung reingeguckt und ganz witzig, wir haben herausgefunden, wie kann man vegan einstellen. Ob man seine Essenswünsche vegan haben möchte oder nicht. Ich bin gespannt. Wir sind sehr verwirrt. Also es ist dann wahrscheinlich so ein Survival-Ding ein bisschen, so dass man sich halt Sachen... Keine Ahnung. Wir starten jetzt. Ja, ich starte in den Timer. Okay. Los geht's. Okay, okay, das... Okay. Geh, okay. Wir sind so ein Krokodil-Gesicht. Pfeiltasten. Okay, gut. Sind wir. Wir haben zwei Herzen. Also unser Bett. Wir haben ein... Ein Feuer. Was ist das? Das ist Pause. Ach, P ist Pause, okay. Ja. Das ist... Dann, äh, ich geh mal raus, ne? Ja. Startet dann die Zeit. Sieht man irgendwie die Zeit oder passiert irgendwas? Sind das... Ist das ein Fluss? Ist das ein Fluss? Oh, komm. Oh, nein, du stirbst. Krippst du weh. Aha. Okay. Learning by dying. Ähm, können wir mit Sachen interagieren? Geh, ich mal. Keine Gegenstände. Gegenstände, okay. Wir gucken einfach mal. Ist das ein Feld? Da oben ist was ein Feld. Ja. Und da haben wir Wäsche. Können wir mit Dingen irgendwie interagieren? So greifen oder so? Ich hatte nur in der Störung gesehen, X und C macht was. Und P. P macht ja Pause. Ja. So, okay, dann laufen wir mal nicht weiter. Da kommen wir nicht durch, okay. Okay. Aber da kann man vielleicht ja was an Gegenständen haben. Da kommen wir auch nicht durch. Okay, noch kommen wir nicht... Wir haben da unten ist eine Brücke. Dieser Baumstamm ist... Eine Brücke? Noch weiter unten im nächsten Bild. Ja, hier. Oh ja, voll gut. Baumstamm ist im Weg. Äh... Da ist ein Freund vielleicht. Oh. Hier ist das Wasser angenehm warm. Ha-hi-ha-ha-ho. Okay. Der spricht cool. Was? Ich habe das Bedürfnis, dass wir Sachen aufgreifen. Ja, ich probiere es. Können wir ins Wasser reinkriegen? Wir sind halt im Wasser gerade, ne? Okay. Dann sind wir auch ein bisschen geschwommen. Das ist ja gut. Aber man kommt nicht. Ja, ja, ich weiß. Ich verstehe es nicht. Okay. Okay, wir kramtöten einen. Ich meine, wir können uns auch nochmal töten lassen. Nee. Aber wir wollen ja eigentlich... Oh, da ist ein Schweine-Schwein! Oh mein Gott! Sehr gut. Oh, läuft jetzt die Zeit ab? Oh, jetzt läuft die Zeit ab. Ja, jetzt läuft die Zeit ab. Okay. Oh. Oh, krass. Oh, was ist das? Ein Schiff? Ein Boot? Ja, ein Boot. Hä? Du bist tot? War das vielleicht... Ich habe irgendwas getan. Die Zeit läuft jetzt. Also, läuft schon. Aber wir haben das Schwert von Anfang an. Okay. Okay. Kann ich? Mach sie fertig. Ausgezeichnet. Ich will gucken, ob sie Items drücken. Okay, sie drücken keine Items. Aber vielleicht, wenn du ein Herz verlierst, vielleicht... Oh, der ist neu. Du hast das verfluchte Schwert. Bitte komm schnell zur Fabrik. Okay, wo ist die Fabrik? Wo ist die Fabrik? Was mache ich mit C? Was passiert? Will ich das selber umbringen? Mach mal C. Ach, C ist Neustart. Ah, okay, okay, okay. Warm durch die Zeit, okay. Okay, okay, okay. Wir lernen dazu. Alles gut. Kein C, nur X. Kein C, niemals C. Mach sie mal noch nicht fertig. Red mir den Dude. Ah ja, okay, voll gut. Dann versuchen wir mal, die Fabrik dort zu finden. Okay. Äh. Kann ich irgendwas tun? Es zerstören. Kannst du, kannst es zerstören. Ja, ich hab's Fabrik gemacht. Okay. Ich glaube auf den Steak. Okay, das ist ein Leuchtturm. Das ist keine Fabrik, oder? Egal, was ist das für ein... Hallo. Red's schneller. Oh, gern höre ich dem Ozean zu. Wir haben nur noch 20 Sekunden gleich. Nanu, hallo. Keine Zeit, ich hab keine Zeit. Okay, wir müssen uns dann einfach merken, wo hier was abgeht. Wow. Was schaust du so, hä? Das ist die Fabrik. Das ist die Fabrik, okay. Jemand muss sich um die fünf Krebs kümmern. Hier war immer viel los. Okay, das ist ein Fisch drüben. Das ist kein Krebs. Land so cool. Au. Oh nein, okay. Jetzt sind wir dort. Okay, müssen wir dann noch mal dahin gehen? Oder einfach gleich die Krebs zerstören? Ich glaube, ich probere mal, ob ich hier abkürzen kann. Ja. Lasst mich durch. Was muss ich? Muss ich jetzt Krebs töten, oder muss ich Krebs... Ich glaube, du sollst sie beseitigen. Aber wo sind diese Krebs? Weil wir haben ja vor... Okay, hier dann wahrscheinlich. Oh. Okay. Und pfuch. Das sind aber... Ah, jetzt muss ich... Ah, unten die Krebs. Ja, ich habe mich nämlich gefragt, ob die dazugehören oder nicht. Schneller. Sie sind ja nicht unmittelbar bei der Fabrik, aber... Ja, aber so, wenn da oben drei waren, dann... Ja, kabuff. Boah! Kabuff. Sind sie glücklich? Dann gehen wir nochmal in die Fabrik und schauen, ob sie glücklich sind. Ja. Ich frage mich dann, wenn wir diese Aufgabe quasi abgeschlossen haben, ob das dann abgeschlossen bleibt. Ich glaube, ja. Okay, okay, ist auch gut. Kaffee! Fortsetzen. Ja. Ja. Ja, Stress. Ich wünschte, wir hätten etwas Musik. Die Krebs sind weg. Hier hast du einen Kaffee. Du sollst Kisten schieben. Du solltest Kisten schieben. Warum? Okay, gut. Wir sind sowieso jetzt wutsch. Tut. Aber das ist jetzt... Was wollte der andere Dude jetzt gerade? Anno Dude? Andere Dude. Der andere Dude. Der andere Dude wollte... Kisten schieben. Musik. Musik. Der wollte Musik. Wie kriegen wir... Okay. Okay. Ich gehe mal nach oben. Okay. Und wir können ansteigen... Eventuell können wir jetzt Kisten schieben. Oh, da kann man irgendwo runter. Kisten schieben. Kisten schieben. Falt hast du. Da drin ist es dunkel. Vorsicht, also. Was ist das? Oh, okay. Kisten schieben ist gut. Oh, ja, das ist... Was ist das? Ui. Oh, oh. Tod und verderben. Mach die Brücke auf, wenn du dich um diese Creeps kümmerst. Ich mache... Oder was ist... Ich mache die Brücke... Ja, dann mach es doch. Ich mache die Brücke auf, wenn du dich um die Brücke kümmerst. Excusé moi. Ups. Kann nicht. Nein. Okay. Aber Kaffee und... Also diese Quests haben wir wirklich geschafft. Auch wenn die Creeps wieder da sind. Ja. Also... Okay, weil ich hatte nämlich Angst... Oh. Gießkanne! Gießkanne! Ich hatte nämlich schon Angst... Oh, was? Du kannst nur entweder oder. Das brauchen wir dann für irgendeine andere Aufgabe, denke ich. Ja, das merken wir uns. Okay, merken wir uns. Schwert ist wichtiger. Das war cool, weil dann hat man so kleine Aufgaben und kann sie relativ schnell bewältigen. Ja. Und dann hat man wieder so ein neues Ziel. Okay, warum ist die... War die schon immer da? Ne, jetzt ist sie hier. Okay, cool, cool. Das ist richtig gut. Okay. Okay, du hast es planen. Ich bin schlau. Ich bin schlau. Sehr schlau. Wir sparen Zeit, weil wenn ich jetzt wieder hier bin und dann... Ja, verstehe. Effizient. Ja. Okay. Oh, gleich zwei auf einmal. Voll gut, voll gut. Und Doppel. Eine Kiste, das sind aber auch Kisten. Plan für Kohl ist der Hund. Okay. Okay, ich gehe nochmal nach hier. Ja, ja. Oben. Dann sind da... Okay, Kisten. Oh, da ist ein Schlüssel. Wie kommen wir hier rein? Ah, ja genau, sehr gut. Oh, den ist Schlüssel. Leuchtturmschlüssel, da kommen wir rein. Da gibt es bestimmt Musik. Oh, den kennen wir schon. Voll gut. Das ist ein Regenwurm, glaube ich. Oder ein Rauch. Ja, ich dachte, da versteckt sich irgendwas enthalb. Voll cool. Lass mich noch schnell zum Leuchtturm. Fisch, lass mich durch. Nehmen die Regen, so cool. Oh Gott. Okay, okay. Los geht's. Zehn Sekunden. Und... Ui, ui, ui. Weiter hoch. Kannst du... Okay, ja. Schnell, 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 schnell. Ah! Ist hier oben was? Leicht links. Ja. Oh! Taschenlampe! Oh my God. Und tot. Oh my God. Krass. Wow. Taschenlampe. Und wir haben doch diesen Ort gefunden, der dunkel ist. Ja. Oh my God. Alles ergibt einen Sinn. Gibt es hier die Taschenlampe jetzt irgendwo? Ich weiß nicht, aber wenn du zu dem dunklen Ort kommst, vielleicht... Ich kann... Ja, vielleicht... Dann kommst du... Weißt du noch, wo der dunkle Ort ist? Der ist doch... Ja, hier. Können wir es mal ausprobieren. Werde Schlange. Also ich weiß nicht, ist das jetzt schon unser Schein, der Taschenlampe? Weil wir haben es denn... Das kann sein, das kann sein. Ja, weil es fühlt sich so an. Ich mag den Stil. Ich finde es sehr geil, dass sich die Stange jetzt hier nicht... Dass sie sich nicht bewegen, ne? Okay. Okay. Oh. Wow! Okay. Ups. Oh, oh, was ist... Wach... 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 Berühmter Schildermacher... Das ist... Wüstenlagerplatz. Oh, cool. Geh mal rein. Okay. Neues Zuhause gewählt. Oh! Okay. Dann können wir da dann... Und da starten. Jetzt starten wir hier wieder. Okay, voll cool. Coole Dinge passieren hier. Sneakershop. Okay. Sneakershop, was hier unten... Ich... 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 Wach... Jetzt einfach mal durch. Achtung, endlose Wüste. Oh, oh. Wollen wir wirklich in die endlose Wüste? Ich glaube nicht. Start gerade nicht. Start gerade nicht. Okay. Ui. Der Sneakershop. Oh, na, willkommen im Sneakershop für Siemens. Wir haben kein Geld. Wir haben kein Geld. Was wollt ihr? Diese blöde Wüste ist ewig groß. Und Punkt, Punkt, Punkt. Schrecklich. Oh, Münze! Nice. Oh mein Gott. Wie sich einfach alles so zusammen puzzelt. Das ist echt cool. Ah, aha. Zeit. Okay. Haha. Ha, ha, ha. Effizienz. Da waren wir schon. Okay, ich möchte aber noch... Ich gehe jetzt mal nach links. Okay, okay. Ich frage mich, wo wir die Musik herbekommen. Ja, ich hätte auch Verlust auf dem... Oh, kommen wir nicht durch. Sollen wir dann vielleicht wieder weiter drüben standen? Also unser altes Haus wieder heimsuchen? Ja, vielleicht. Ich weiß es nicht. Ob die Sachen... Oh, ist das so ein Sumpf? Oh, ist das so ein Sumpf? Aha. Das ist eine Säge. Die Musik ist cool. Gib mir die Säge. Oh, ich habe von allen Orten Karten gemacht. Der Schwertwurf... Oasengeist ist ein Gerücht. Gib mir die Säge. Wieso kann ich sie nicht nehmen? Ich weiß es nicht. Okay, aber hier geht's... Also auf jeden Fall... Klassische Schildmacher. Okay. Hm. Ja, aber es wäre voll cool, wenn wir die Musik finden würden, weil ich glaube, dass die Musik bestimmt voll... ...voll mein Jam ist. Gott, aufpassen, aufpassen! Kannst du den auch besiegen? Denkst du, du kriegst dann irgendwie... Ich bezweifle, dass ich Musik bekomme. Ich vermute, aber vielleicht... Hey, ja. Der Sound ist auch voll cool, wenn du sie besiegst. Ich möchte... Tchuk tchuk. Könnt man, wenn du gegen diese Truhen... Nicht Truhen... Basen raus... Das sieht nichts, ne? Nee, da ist nichts. Das ist so. Andang. Ich dachte, da wäre jetzt Musik. Gab's hier? Ah, nee, das sind diese... Ach so, ja, ich mach die Brücke auf, wenn du die besiegst. Ja, dann... Ach so, dann muss man vielleicht fein und bohren finden und die dann von da abschieben und dann macht er die... Oder... Okay. Ich muss auf die andere Seite. Hä, aber wo krieg ich die Musik her? Wollen wir dann unser altes Haus wieder... Ja, ich glaube... ...einziehen? Dann versuchen wir das mal jetzt schnell. Äh, hinzubekommen. Mhm. Achtung, Achtung! Wow! Das ist cool. Tchuk 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 tchuk. Das klingt so... Pussig alles. Sehr gut. Ausgezeichnet. Dann darunter... Einmal ins Haus ziehen. Neu starten. Genau. Direkt tot. Und dann suchen wir die Musik. Die Skander ist wieder da, so. Ja, meine Mission. Ich möchte mal eine Sache ausprobieren. Ja, welche? Was macht man da oben? Achso, wenn du... Oh, wenn du das da oben vielleicht, da wo diese... ...diese Keimlinge oder so rausguckt. Oh mein Gott. Ist man das... Vielleicht jedes Mal, wenn du wieder tot bist und wieder kommst, kannst du... Lass es ausprobieren. Lass es ausprobieren. Und dann... Lass es ausprobieren. Und dann... Es steht da eine Palme. Vielleicht... Vielleicht wächst Musik am Baum. Ja. Ja! Nice. Ich werde dich jetzt ganz häufig hellen. Ich will das jetzt noch schaffen. Mhm. Ah. Kommen wir auf zwei Minuten. Okay. Kommen wir hin. Herzen! Nice. Jetzt haben wir ein Herz mehr. Oh mein Gott! Wie cool. Tot. Okay, das ist richtig cool. Ich würde Leuchtturm nochmal gucken. Ja. Den haben wir noch als... Wir haben... Wir haben ihn angeguckt, aber wir waren ja dann... Wir sind dann halt sofort gestorben, ja. Können wir noch einmal... ...intensiv anschauen? Ob... Kann auch sein, dass es... Okay. Okay, dann wissen wir... Dann wissen wir, unser Leben macht jetzt gerade keinen Sinn mehr. Welch? Das ist so cool. Guck mal, wenn der Schiff vielleicht auch irgendwas machen kann oben, aber ich... Ich würde gerne... Was ist das... Das ist da links? Ja, aber da braucht man vielleicht das Schiff an. Au. Kommt man... Das Schiff will sich ja nicht benutzen lassen von uns, ne? Ne. Außer... Kaputt machen. Ja. Okay, vielleicht müssen wir dann doch bei unserem nächsten Haus dann... Oder haben wir hier noch irgendwas, was wir... Wir haben mit dem Dude... Was? Ja, wir waren im Warmwasser... Ja, wir haben die Schwerte und die Fabrik haben wir gerettet, ja. Die waren schon da... Das haben wir schon... Die Säge haben wir ja auch schon gesehen, aber wir kamen nicht... Ja, aber wieso? Wir kamen nicht hin. Wo kriegen wir jetzt die Musik her? Ich weiß es nicht. Einen Pfeil und Bogen muss man ja dann auch... Es sind so viele Möglichkeiten. Aber die Kisten verschoben haben wir schon, also das, was... Ach nee, dann sind wir wieder hier um. Bei den doofen Dudes. Ja. Beim Wurm. An sich geht es jetzt nur in der Wüste weiter. Ja, ich denke... Okay, wir müssen also wirklich ins nächste Haus einziehen. Da sind... Zeit! Und dann Achtung, Achtung! Das ist so cool! Okay, wir ziehen um und dann ist es leider schon... Na! Vorbei! Wüstenlanger Platz! Ui! Nächster Haus, ich schaff's noch. Okay. Ah, da war ich schon. Ach nee. Ich gebe mich hin. Ich... Es ist okay. Vor allem dieses Husten, wenn da schon so... Ah! Das war jetzt zu viel. Okay, wir sammeln uns. Was ist Sache? Es ist komplett anders. Es ist okay, wenn wir... Schau, wie das fünf Sterne... Fünf Tüten... Es ist voll schlimm. Wir suchen uns so gute Spiele raus. Es sind alles sehr unterschiedliche Spiele und haben... Aber es ist halt... Es ist... Es ist... Es ist... Spaß. Und ich weiß nicht, zuerst dachte ich so, okay... Ich meine, natürlich ist Stress ein bisschen, aber es hält es halt die ganze Zeit so ein bisschen frisch. Es kann auf lange Zeit, glaube ich, funktionieren. Ja, und vor allem ist es nicht so, dass man halt in der Welt ist... Also wenn wir das hätten, bloß ohne Zeitlimit, dann wäre man, glaube ich, ein bisschen abschlagen. Ja, dann finde ich es... Ja. Dann ist es halt wie Pokémon und du läufst und du läufst und du läufst und du läufst und du läufst... Nichts gegen Pokémon, aber... Aber man hat ja schon von Anfang an alles und ist so... Oder so Zelda, wo man halt auch läuft und läuft und so ist das ganz cool. Man hat ein bisschen Druck. Ja, und man kann halt wirklich so die Orte... Man lernt die Welt so richtig krass kennen, weil man dann irgendwann weiß, okay... Und man hat halt einen Rahmen, weil das Spiel kann ja eigentlich immer nur 60 Sekunden lang weit gehen lassen. Ja. Was am Ende bedeutet, irgendwo ist halt Schluss. Ja. Und das ist cool, weil es nicht komplett Open World ist, sondern es ist eigentlich immer irgendwie begrenzt. Das hat echt was. Ja, ich sehe keinen Grund, eine halbe Tüte oder sowas abzuziehen gerade, ne? Nee, also... Okay. Um die es auszusetzen. Minutes... Du kriegst 5 von 5 Tüten und kommst damit... In die Tüte! Yay! Wenn ihr weitere Spiele habt, die wir vielleicht auch mal doof finden, dann keine Ahnung. Ja, schickt doch mal doof. Ich bin sehr froh, dass uns die alle so gut gefallen haben. Ja, das ist cool. Richtig cool. Schickt sie gerne, schreibt gerne Kommentare und wir sehen uns beim nächsten Mal bei der Indie-Tüte. Tschüss! Tschüss, tschüss!